Was ist das Urheberrecht und freie Lizenzen? Etwas zum Urheberrecht, um zu verstehen, worauf das alles aufbaut und worüber wir heute sprechen, dann zur Digitalisierung, warum alles anders wird und zu freien Lizenzen, wie man auch in dieser veränderten Welt noch freie Inhalte produzieren kann. Was ist denn die Ausgangslage? Die Ausgangslage, das muss man sich immer vorstellen, ist diese Idee von einem Urheber, der aus sich heraus etwas Neues schafft. Und was dieser Urheber aus sich heraus Neues schafft, das soll ihm zugeordnet werden. Man muss sich das so vorstellen, wie hier bei Spitzwegs einsamen Proeten, der liegt da und aus sich heraus schafft er etwas Neues, ein Gedicht, ein Werk, ein Roman, ein Gemälde und das soll ihm zugeordnet werden. Dieser Urheber, der steht im Zentrum und sein Werk. Wobei Werk heißt, es muss eine geistige, persönliche Schöpfung sein. Es reicht nicht, dass er irgendetwas macht, das muss schon etwas Kreatives sein und etwas sein, was über das Alltägliche hinausgeht. Und diesem Urheber, nur diesem Urheber, dem steht dann sein Recht, sein Urheberrecht an seiner Schöpfung, an diesem Werk, was er geschaffen hat. Das ist die Grundidee des Urheberrechts und die muss man sich immer wieder vor Augen fühlen, mit allem, was dazugehört, eben auch diesem Begriff des Werkes, weil nicht alles ist ein Werk, es muss schon etwas Besonderes, Kreatives, Schöpferisches sein. Dieses Urheberrecht, und das ist auch besonders, da steht dem Urheber zu und zwar automatisch, unwiderruflich und unverzichtbar. In den USA beispielsweise war es lange so, dass man so ein Urheberrecht, das musste man registrieren lassen, so wie man heute auch noch Patente registrieren lassen muss. Das ist im Urheberrecht nicht so. Das passiert ganz automatisch. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Text schreiben, dann kriegen Sie plötzlich ein Urheberrecht, auch wenn Ihnen das gar nicht klar geworden ist und Sie sich da nie Gedanken drum gemacht haben. Das passiert ganz automatisch. Und unverzichtbar heißt, Sie können auch nicht sagen, das will ich gar nicht. Also bei einem Fahrrad beispielsweise können Sie sagen, ich will das Fahrrad nicht, ich stelle das an die Straßenecke mit so einem Schild zu verschenken und dann habe ich mein Eigentum aufgegeben. Eigentum kann man aufgeben, Urheberrecht nicht. Das bleibt bei einem, das kann man nicht aufgeben. Es gibt Werkzeuge, trotzdem es der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, dazu komme ich später. Und dieser Urheber alleine entscheidet, was mit seinem Werk geschehen darf. Er kann Nutzungsrechte übertragen. Man muss sich das so vorstellen, das Urheberrecht selbst, das bleibt bei der Person, das kann nie weggegeben werden. Aber Nutzungsrechte, also das Recht beispielsweise etwas zu vervielfältigen, das sogenannte Kopierrecht, Copyright, das bekannteste Recht oder auch das Recht etwas aufzuführen und zu verfilmen oder im Internet zur Verfügung zu stellen. All diese Rechte, die können übertragen werden und zwar in ganz vielfältiger Weise. Sie können zeitlich beschränkt oder unbeschränkt übertragen werden, räumlich beschränkt oder unbeschränkt. Es ist klar, also ich kann sagen, dieses Gedicht darf nur in Hamburg aufgeführt werden oder nur in München oder nur in Europa oder nur im Januar oder nur in den nächsten fünf Jahren. Ganz wichtig, sie können ausschließlich oder nicht ausschließlich übertragen werden. Gerade bei Verlagen, die wollen gerne ausschließlich Rechte haben. Das heißt, dass dann nur derjenige, der die Rechte bekommt, auch tatsächlich entscheiden darf, was damit passiert und nicht mal der Urheber selber noch entscheiden darf, weil auch er ist ausgeschlossen von dieser Rechte. Nutzung nicht ausschließlich heißt, ich kann das dem einen und dem anderen und noch jemandem ein Drittes auch geben und die können alle drei etwas vorführen oder drucken oder sonst etwas damit machen. Man kann das für alle Nutzungsarten, die es so gibt oder nur für bestimmte Nutzungsarten übertragen, diese Nutzungsrechte. Wichtig ist, dass immer nur so viel übertragen wird, wie wirklich vereinbart ist. Das heißt, wenn es nicht so klar ist, was wurde da eigentlich vereinbart, darf ich jetzt wirklich alles damit machen oder darf ich es nur abdrucken, nur einmal oder fünfmal, dann wird das immer so ausgelegt, dass nur das, was wirklich vereinbart ist, das wird übertragen. Also wenn ich sage, hier ist ein Text, den dürft ihr in einem Rundbrief abdrucken, dann darf das wirklich nur in diesem Rundbrief passieren und man darf nicht hinterher noch ein Buch davon machen. Das ist die sogenannte Zweckübertragungslehre dahinter, dass man sagt, wenn es unklar ist, muss es immer so ausgelegt werden, dass möglichst wenig Rechte übertragen werden, weil der Urheber, der geschützt werden soll, soll nicht mehr übertragen als nötig. Außerdem neben diesen Urheberrechten gibt es Leistungsschutzrechte. Was sind nun Leistungsschutzrechte? Bei Leistungsschutzrechte braucht man kein Werk, das ist ganz wichtig und man braucht auch keine Person. Leistungsschutzrechte können auch juristische Personen, also Firmen beispielsweise haben. Leistungsschutzrechte haben was mit Kreativität zu tun, brauchen aber kein Werk. Leistungsschutzrechte gibt es zum Beispiel bei Fotos, so reine Knipsbilder, die sind geschützt. Oder Tonträgerhersteller, die machen nur was Technisches, Tonaufnahmen, da sind Leistungsschutzrechte. Oder ausübende Künstler, Musiker, die spielen ein Stück, die komponieren das nicht selber. Trotzdem ist auch dieses geschützt, genauso wie bei Schauspielern. Es gibt im Bereich der Wissenschaft Leistungsschutzrechte beispielsweise ein Werk eines längst verstorbenen mittelalterlichen Autors. Wenn man das erstmals herausbringt, dann gibt es kein Urheberrecht mehr dran, weil der ist über 70 Jahre tot. 70 Jahre, so lange dauert das Urheberrecht nach dem Tod. Aber dann soll es trotzdem einen Schutz geben für denjenigen, der das zum ersten Mal herausgegeben hat. Das sind dann nur 25 Jahre. Diese Leistungsschutzrechte sind in der Regel kürzer. Die meisten 50 Jahre nicht nach dem Tod, eben nicht nach dem Tod, sondern nach Entstehen. Also nachdem die Aufnahme gemacht wurde oder veröffentlicht wurde. Also insofern meist kürzer und eine andere Laufzeit. Wie weitgehend das ist, das mache ich immer ganz schön an diesem Beispiel da. Früher musste ich immer so einen Zettel abgeben mit dem Gaszähler, damit die Nebenkostenabrechnung gemacht wurde. Das habe ich auch immer gemacht. Und ich glaube, niemand würde auf die Idee kommen, dass so ein Zettel irgendwie ein Werk ist oder urheberrechtlich geschützt ist. Das letzte Mal hatte ich einfach nichts zum Schreiben bei der Hand. Und da habe ich mit dem Smartphone einfach ein Foto von dem Zähler gemacht. Das war einfacher, als jetzt den Zettel zu holen. Aber dieses Foto, das ist urheberrechtlich geschützt, nämlich durch ein Leistungsschutzrecht, mindestens durch ein Leistungsschutzrecht. Wenn man nicht sogar sagt, es ist ein Werk, ich würde das bezweifeln. Und das heißt, das ist 50 Jahre lang geschützt. Das heißt, 50 Jahre lang darf dieses Foto niemand nutzen, ohne dass er mich um Erlaubnis fragt. Und wenn er das tut, ohne mich um Erlaubnis zu fragen, dann macht er sich strafbar. Das ist natürlich ein sehr weitgehender Schutz, der sehr weit auch ins Alltägliche hineinreicht. Wichtig ist aber bei all diesem Schutz, dass die reine Werknutzung, also dass man ein Buch liest oder einen Song hört oder auch nur ein Bild anguckt, das hat nichts urheberrechtlich Relevantes. Das ist reine Werknutzung, das darf man immer. Weshalb es auch nicht schlimm ist. Also wenn ein geklautes Bild, also vom Diebstahl mal abgesehen, aber auch ein Bild, was nicht veröffentlicht würde, dadurch, dass ich es mir angucke, da mache ich nichts Verbotenes. Es gibt außerdem im Urheberrecht und vor allen Dingen in der analogen Welt noch den sogenannten Erschöpfungsgrundsatz. Das heißt, wenn ich einmal ein Werkstück erstellt habe, beispielsweise ein Buch und das Werk ist in diesem Buch abgedruckt und dieses Buch wird verkauft, dann sind die urheberrechtlichen Rechte darin erschöpft, sagt man. Das heißt, wenn dieses Buch dann nochmal verkauft wird, wiederverkauft wird oder vererbt wird oder verschenkt wird, dann ist das nichts urheberrechtlich Relevantes, weil die Urheberrechte sind einmal abgegessen mit diesem Verkauf des Buches, alles andere darf man machen. Das gilt allerdings nur für die analoge Welt. Im Digitalen gilt das so nicht. Apropos analoge Welt, ich möchte kurz mal zurückblicken. Wie war das denn in der analogen Welt? Wie war das denn in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts? Konnte man sich da überhaupt gegen das Urheberrecht verstoßen? Und zwar so als Privatmensch, also nicht als Profi, sondern in seiner ganz normalen Alltag. Das war eigentlich kaum möglich, weil alles, was Alltag war, war damals und ist es auch heute noch durchs Urheberrecht erlaubt. Also beispielsweise eine Schallplatte, eine Tonbandkopie von einer Schallplatte zu machen, eine Kassettenaufnahme, das durfte man. Das war Privatkopie, darf man auch immer noch und wurde durch den Gesetzgeber über die Privatkopie-Schranke geregelt. Als Ersatz kriegten dann die Rechteinhaber oder Verwertungsgesellschaften einen Teil der Erlöse der Kassettenverkäufe. Das hat nie jemand mitbekommen, nie ein Privatmann mitbekommen. Das wurde sozusagen hinter seinem Rücken geregelt. Mit dem Urheberrecht hatte der Privatmann schlicht nichts zu tun. Auch in der Bibliothek darf er einfach kopieren. Die Kopien kopieren, die Bibliotheken zahlen dafür an Verwertungsgesellschaften Geld, aber das kriegt der Privatmensch nicht mit. Das war die analoge Welt. Aber wir kommen jetzt in die digitale Welt und da wird alles anders, weil plötzlich alles wird urheberrechtlich relevant. Warum ist das so? Warum ist in der digitalen Welt alles urheberrechtlich relevant? Ganz einfach, weil alles Kopie ist. Im Digitalen ist alles Kopie. Es ist zumindest eine Kopie vom Arbeitsspeicher in den Prozessor des Computers. Also es werden immer Bits und Bytes, es werden immer Nullen und Einsen kopiert. Digital arbeiten heißt Kopien erstellen. Und Kopien sind grundsätzlich nach dem Urheberrecht verboten. Es sind Vervielfältigungen, wenn sie nicht ausnahmsweise erlaubt sind. Auch im Digitalen gibt es Kopien, die sind erlaubt. Auch vom Gesetz her zum Beispiel, wenn man surft durchs Internet, da werden auch Kopien gemacht. Die werden als sogenannte flüchtige Kopien, weil die nicht dauerhaft gespeichert werden, sind die erlaubt. Aber insgesamt grundsätzlich gilt, dass jede Kopie verboten ist. Und erlaubt sind solche Kopien nur, wenn sie einzelvertraglich erlaubt ist. Also ich habe die erlaubte Kopie zu machen, wenn es gesetzliche Regeln gibt oder wenn es eben freie Lizenzen gibt. Und außerdem ist im Digitalen noch fast alles öffentlich, weil ganz schnell gelangen die Dinge ins Internet und damit sind auch Urheberrechtsverstöße sofort für alle sichtbar. Auch das ist ein großer Unterschied. All das führt dazu, dass sich die Erkenntnis durchgesetzt haben, wir müssen die sehr strengen Regeln des Urheberrechts ein bisschen aufbrechen, weil es ganz oft gar nicht im Interesse von Urhebern ist, dass Dinge nicht kopiert werden, dass sie nicht genutzt werden kann. Und Urheber, das ist ja das Schöne, sie haben durch das Urheberrecht Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn es nun ist, dass eigentlich fast alles verboten ist, wenn es nicht erlaubt ist, dann ist es im Interesse von Urhebern zu sagen, nein, wir wollen nicht jede einzelne Nutzung erlauben, sondern wir wollen Standardlizenzen, wir wollen jedermann Lizenzen geben, wo wir einmal sagen, ihr dürft das benutzen unter den und den Bedingungen. Das ist ein Urheberinteresse, die das einfach nicht wollen, dass keiner das nutzen darf. Der Grundsatz, alle Rechte vorbehalten, man darf gar nichts machen, wenn es nicht erlaubt ist, wird runtergedampft zu, einige Rechte behalte ich mir vor, zum Beispiel muss mein Name immer genannt werden, aber andere Sachen, die erlaube ich auch. Es ist kein Verzicht auf Rechte, sondern das ist ein Ausüben von Urheberrechten. Das Urheberrecht ist eben die Basis von solchen freien Lizenzen und davon gibt es sehr viele. Zum Beispiel auf IFROS auf der Seite sind 57 Open Content Lizenzen aufgelistet, es gibt viel, viel mehr. Das ist auch ein Problem, weil die sind alle nicht miteinander kompatibel und kaum jemand kennt die und die sind teilweise auch sehr umstritten. Es gibt aber eine Lizenz, die hat sich als Standard etabliert und das sind die Creative Commons Lizenzen. Ich muss von Lizenzen sprechen, weil es mehrere gibt und die werden in drei Schichten im Grunde genutzt. Zum einen gibt es die sogenannten Laundry Symbols, also Waschmaschinen-Symbole. So Symbole wie in der Wäsche, nur bei 30 Grad, die sollen so simpel sein, dass sich jeder versteht allein von so einem Symbol her. Und mit einer ganz kurzen Beschreibung, was man machen darf, also man darf es nutzen, man muss nur den Namen nennen beispielsweise. Dann gibt es das, was man angeblich immer gelesen haben muss, aber was keiner liest, nämlich die mehrere Seiten langen Lizenzverträge, wo in juristisch ausdifferenzierter Weise beschrieben war, was diese Lizenz besagt und was man damit darf und nicht darf. Das ist nichts für den Alltag, das ist mehr was, wenn es dann mal irgendwann Rechtsauseinandersetzungen gibt. Und dann gibt es eben auch noch die Möglichkeit, das Maschinen lesbar zu machen, dass auch die Suchmaschinen solche freien Inhalte schnell finden. Es gibt sehr viele dieser Lizenzen, ich werde darauf jetzt nicht genau eingehen, wirklich frei sind nur die, die nicht mehr verlangen als Namensnennung oder die Bedingungen aufgeben, dass man Veränderungen von so einem Inhalt ebenfalls unter eine freie Lizenz stellen muss, die Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Man kann sich das Internet aufrufen und kann sich so eine Lizenz zusammenklicken und dann kriegt man auch das Ergebnis raus. Bei der Namensnennung ist halt erforderlich, dass die einfachste Lizenz, dass man den Namen des Urhebers nennt und dass man die Lizenz nennt. Und das ist es im Grunde schon, man kann dann auch noch eine Quelle angeben oder muss eine Quelle angeben, wenn die vorher angegeben ist oder eventuell auch ein Titel. Aber es ist vor allen Dingen Name und die Bezeichnung der Lizenz, die da notwendig ist, das muss man machen. Und zwar auf dem Medium angemessenen Art und Weise. Also wenn Sie jetzt einen Film haben, dann müssen Sie nicht den Film unterbrechen und die Lizenz zeigen, sondern dann reicht das, wenn das irgendwie am Abspann ist oder auch auf der Oberseite der CD oder wo auch immer oder in einem Buch hinten im Bildnachweis. Das muss immer so passieren, wie das üblich ist. Share Like ist die sogenannte Copy Left Bedingung. Das heißt, wenn ich etwas so unter diese Lizenz stelle und jemand verändert das, dann muss er diese Veränderung oder auch dieses Remix wieder unter eine freie Lizenz stellen, sodass man nicht durch Veränderung etwas wieder aus dem Bereich der freien Lizenzen herausholen kann und wieder proprietär und monopolistisch nutzen kann. Sie sollen eben eine Rückaneignung von freien Content verhindern. Hier ist jetzt erstmal Schluss mit den sogenannten freien Lizenzen. Es gibt auch noch nicht freie oder nicht ganz so freie Jedermann-Lizenz. Das ist insbesondere solche, die nur die nicht kommerzielle Nutzung erlauben. Was nicht kommerziell ist, das ist ganz bewusst nicht so genau definiert. Handlungen, die nicht vorrangig auf einen geschäftlichen Vorteil oder eine Geldwertevergütung gerichtet sind. Das ist halt schwierig. Das gibt einen großen Graubereich, wo gestritten wird, ob das schon kommerziell ist oder nicht mehr. Und dieser große Graubereich führt auch dazu, dass viele das dann gar nicht mehr nutzen. Gerade viele, die es eigentlich nutzen sollten. Und häufig wird dieses nicht kommerziell intuitiv gewählt, weil man denkt, irgendwie kommerziell ist das irgendwie so was Böses. So eine Mischung aus Shell und Nestle und Big Business oder so. Das ist aber natürlich Quatsch, weil auch im Bildungsbereich wird ganz viel Geld verdient. Und wir wollen ja nicht, dass Leute, die irgendwie Geld mit Bildung verdienen, sich dann fragen, ob sie solche Materialien nutzen dürfen oder nicht. Sie können eben nicht mehr so weit verbreitet werden unter NC und bei Bildung wirkt sich das fatal aus. Ich habe zwei Broschüren schon zu diesem Thema geschrieben, wo das nochmal ausgeführt ist, was Gründe für NC und vor allen Dingen auch dagegen sind. Das kann man dort nachlesen. Die letzte Bedingung ist keine Bearbeitung. Also die Vorstellung, dass man ein Werk nicht bearbeiten darf. Also bearbeiten kann man es immer. Das kann man auch nicht verhindern. Aber man darf die Bearbeitung nicht veröffentlichen. Und das hat sicherlich irgendwo ein gewisses Verständnis. Habe ich dafür irgendwie einen Künstler, der nicht will, dass dann ein Bild verhunzt wird oder sowas? Das mag es alles geben. Bei freien Bildungsmaterialien hat das nichts zu suchen, weil die ja gerade davon leben, dass sie angepasst werden auf die genaue, konkrete Lernsituation. Nichts mit Bearbeitung zu tun hat, wenn man etwas nur so als grobe Vorlage nutzt, aber als etwas völlig Neues damit macht. Dann ist es freie Benutzung. Das darf man immer. Also ganz grob gesagt, es gibt die Grundsituation, alle Rechte vorbehalten. Das wird reduziert zu manchen Rechten vorbehalten, je nachdem, was für Bedingungen man für die Nutzung erhebt. Und mit CC0 kann man dann auch gar keine Rechte mehr vorhalten. Ich hatte eben gesagt, auf Urheberrecht darf man nicht verzichten. Was man aber darf, ist eine Lizenz an jedermann. Du darfst alles damit machen. Und außerdem noch, ich verzichte darauf, Rechte durchzusetzen, muss man nicht mit einem Public Domain Markt verwechseln. Das Public Domain Markt kennzeichnet nur Dinge, die ohnehin schon gemeinfrei sind. All das ist noch in verschiedenen Broschüren näher erläutert. Ich will hier nur auf eine Broschüre der Deutschen UNESCO-Kommission hinweisen und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus